Idee, die Vorstellung, Makler verdienen Fettkohle. Wenn ich als Immobilienmakler etwas reißen will, wenn ich was machen will, dann muss ich mindestens mal... Herzlich willkommen zur nächsten Immolution Podcast Folge. Heute mit dem Thema, was verdient ein Immobilienmakler wirklich? Und da wollen wir direkt starten, was da so abgeht und welche Mythen und Vorstellungen auch da draußen im Markt so herrschen. Leon, du hast ja mit etlichen Maklern und auch Quereinsteigern, Leute, die Makler werden wollen, zu tun in den Gesprächen. Was ist denn da so dein Eindruck? Also durch die Blume alles dabei. Einfach aus, weil die Leute natürlich verschiedene Level an Fortschritt haben und natürlich auch an Fähigkeiten und Wissen. Also es ist da natürlich alles vertreten, was, sag ich mal, ob das jetzt fünfstellig ist, ob das sechsstellig ist, ob das siebenstellig ist, da ist alles dabei. Grundsätzlich würde ich mal so ein paar grundsätzliche Dinge festhalten. Also über eine Sache brauchen wir ja nicht sprechen, dass die Marge eines Immobilienmaklers hoch ist. Definitiv, ja. Das ist ja schon mal das eine. Das heißt, wenn ich eine Immobilie vermarkte, ist meine Gewinnmarge hoch. Aber es ist natürlich auch so, dass das Geld trotzdem nicht leicht einfach so verdient wird, sondern man muss natürlich auch was dafür tun und vor allem auch das Richtige tun. Aber deshalb würde ich vorschlagen, lass uns da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil jetzt gibt es ja auch wieder die Trennung zwischen, bin ich angestellt als Makler, bin ich selbstständiger Makler, was muss ich tun, um das fette Geld zu verdienen und so weiter. Genau, da muss man wirklich genau hinschauen. Also erstmal ist ja so die Idee, die Vorstellung, Makler verdienen Fettkohle. Das war so das Erste. Da muss man aber auch eine Sache ganz klar wissen, die meisten, und zwar deutlich 80 Prozent der Makler, hangeln sich von Objekt zu Objekt. Ja, das heißt, sie haben laufende Kosten. Das ist nämlich jetzt der erste Punkt, was einem klar sein muss, wenn man sich selbstständig macht. Also heißt, eigene Firma, eigener Laden, komplett auf sich alleine gestellt, bedeutet das am Ende des Tages. Natürlich ist Umsatz wichtiger als Kosten, aber du baust dir natürlich auch deine Basis an Fixkosten auf und die musst du jeden Monat bestreiten. Also das, was du an Umsatz machst, ist nicht der Verdienst. Ja. Okay, so, was kommt dazu? Private Krankenversicherung, da kommt, sagen wir, das Auto dazu, da kommen die Telefonkosten dazu, da kommt dann irgendwann ein CRM-Programm dazu, da kommen die Flatrates der Immobilienportale dazu, die monatlich fix zu bezahlen sind, auch hier Vorsicht und so weiter. Also das heißt, ich muss schon, wenn ich als Immobilienmakler etwas reißen will, wenn ich was machen will, dann muss ich mindestens mal zwei Dinge im Monat verkaufen, zwei Objekte, was ja regional sehr unterschiedlich ist, was die Durchschnittsumsätze angeht. Das geht von in strukturschwachen Gebieten 8.000, 9.000 Euro für eine verkaufte Immobilie bis hin in strukturstarken Gebieten, sagen wir mal in Süddeutschland zum Beispiel, München, wo du auch mal schnell 40.000, 50.000 Euro an einer einzigen Immobilie verdienen kannst. Ja, auch schnell 60.000, 70.000, 80.000, das kommt halt auf den Wert an. Genau, kommt auf den Verkaufspreis an. Das heißt, wir reden in der Regel davon, dass wir aktuell eine geteilte Provision in Deutschland haben von, sagen wir mal, all over Deutschland 3 und 3, also 3 Prozent vom Käufer, 3 Prozent vom Verkäufer. Würde bedeuten, bei einer Immobilie von 100.000 Euro 6.000, bei einer Million von 60.000 Euro. Das ist die geteilte Provision, wo jeder halt die Hälfte bezahlt. Jetzt geht es aber schon los. Viele Makler schaffen das gar nicht, das beim Kunden zu verkaufen. Also, was tun sie? Sie sagen, ich arbeite für 3 Prozent, also anderthalb Prozent vom Käufer und anderthalb Prozent vom Verkäufer. Einfach mal durch das falsche Mindset halbiert. Also von 60 bei einer Million auf 30.000. Jetzt sind 30.000 Euro viel Geld, keine Frage. Jetzt rechnen wir mal die Kosten dazu. Sagen wir mal, du hast regelmäßige Einnahmen, beziehungsweise Ausgaben, wie Büro, wie Auto, wie Krankenversicherung und so weiter und so fort. Marketing für das Objekt. Genau, plus du musst auch Werbung und Marketing machen, das haben ja alle wirklich die wenigsten auf der Uhr. Also du kannst natürlich, wenn du in einem coolen Gebiet bist, wie zum Beispiel München, Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg, kannst du mit einer Immobilie um die Kurve kommen. Da muss es aber auch nur ordentliche sein. Geht. Die Frage ist, wie weit kommst du damit? Kannst du Mitarbeiter einstellen? Kannst du dich weiterentwickeln? Musst du immer alles selber machen? Also das ist die Seite des Selbstständigen. Also entweder, sagen wir mal, all over 3-3 oder nur der Verkäufer bezahlt würde auch gehen. Ja, aber bevor du zu dem Angestellten kommst, auch hier am Ende des Tages liegt es ja jetzt nur in deiner Verantwortung, dafür zu sorgen, dass du ein Makler bist, der im oberen Segment mitspielt, der wirklich Plan von Marketing hat, der weiß, wie er wirklich sichtbar und bekannt an seinem Standort wird, sich besonders macht, dass wirklich er viele Aufträge bekommt. Und dann ist es natürlich auch machbar, jeden Monat vier, fünf, sechs, sieben neue Objekte in Auftrag zu nehmen und dann bewegt man sich natürlich auch schnell in siebenstelligen Regionen natürlich im Jahr Millionen aufwärts an Provisionsumsatz. Keine Frage. Exakt. Du kannst natürlich auch, wenn du jetzt startest zum Beispiel, erstmal über ein gutes Netzwerk, über gute Multiplikatoren, Tippgeber, erstmal dir eine Grundsubstanz, Grundbasis aufbauen, um erstmal dich von Objekt zu Objekt auch zu entwickeln, wie die Grundlagen funktionieren und so weiter und dich dann weiterentwickeln, wenn man selbstständig ist. Also man kann viel Geld verdienen, kommt auf die Region an, haben wir gerade gesagt, das ist der erste Part. Zweiter Part, Angestellter, Makler. Als Angestellter kriegst du ein Fixgehalt. Machen aber, muss man dazu sagen, machen aber 80 Prozent der Immobilienmakler Firmen der bestehenden nicht, sondern die suchen sich Freelancer, also Freiberufler, freie Handelsvertreter, die eigentlich selbstständig sind, die aber angeschlossen sind an ein festes Maklerbüro oder Franchise oder was auch immer. Ja. Wir gehen mal jetzt nur vom Angestellten aus. Fixgehalt, zum Beispiel 2.000, 2.500 brutto plus eine Provision. Da gibt es zwei Varianten. Eine Variante ist ein fester Betrag an Provision, zum Beispiel 10 Prozent Provision oder ein fester Betrag pro verkaufter Immobilie. Hierbei muss einem, also das ist der Angestellte, hierbei muss einem eins klar sein. Wenn du dir einen Makler, also wenn du keine Ahnung hast und du fängst so an, ist das ein mit Sicherheit ziemlich cooler Weg. Warum? Weil du arbeitest nur in einem Bereich, wie zum Beispiel dem Verkauf und lernst das auch wirklich von der Pike auf, wie das echt funktioniert und kannst richtig gute Promo für dich selber machen als Makler, weil wenn du in einem Unternehmen ein fester Bestandteil des Unternehmens bist und cooler Performer, kannst du natürlich gutes Geld verdienen. Wenn du vorher vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro verdient hast und kommst jetzt hier auf 6.000, 7.000, 8.000 Euro im Monat, weil du einfach gut bist, dann ist das ein ziemlich cooler Weg, Karriere zu machen in einer Firma. Ja. Aber du machst dann aber auch nur einen Teil, zum Beispiel eben den Verkauf und hast mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun, was als Selbstständiger der Fall ist. Buchhaltung. Du bist ja nicht nur Makler, du bist ja auch Unternehmer. Ja. Du musst ja den ganzen Kram und da konzentrierst du dich, da kannst du eigentlich wirklich Makler sein. Ja. Und du musst halt herausfinden, wer bist du als Typ? Ja. Bist du jemand, der wirklich Buchhaltung, kaufmännisches Wissen sich anlernen will? Der wirklich was erschaffen will im Gesamten. Bist du ein Unternehmertyp oder bist du eher jemand, der im Team arbeiten will, der sich weiterentwickeln will, der einen Mentor haben will? Ja, also wirklich auch einen coolen Unternehmer an der Seite, der mit diesem ganzen anderen Kram gar nichts zu tun haben will, sondern der einfach Bock hat, Immobilien zu vermarkten, Immobilien zu verkaufen. Dann ist das einfach die viel, viel bessere Entscheidung und natürlich ist das einkommenstechnisch begrenzter. Ja. Aber du wirst auch da, je nach Region, wo du arbeitest, deutlich mehr verdienen als jemand, der ganz normal irgendwo als Angestellter arbeitet. Ja, also das ist eine ziemlich coole Variante, wenn du dir sicher bist, dass der Weg eher ein Angestellterjob ist. Und hier kannst du auch als, was weiß ich, Mensch, der vorher irgendeinen ganz anderen Beruf gelernt hat, aber merkt, ich habe verkäuferisches Talent, sich eine tolle Karriere aufbauen. Ja. Definitiv. Und ein sehr, sehr smarter Move, um wirklich zu lernen. Ja. Okay. Für alle Leute, die natürlich sagen, nee, ich will selber entscheiden, was ich mache und ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte selber was Großes erschaffen, ist natürlich der selbstständige Weg an der Stelle die bessere Entscheidung. Es gibt noch so eine Zwischenoption, ja, das ist also jetzt bei einem Makler, also nicht leider, sonst wird in vielen Franchise-Unternehmen auch angeboten, ist, du bist halt Makler, aber du bist eigentlich, bist du selbstständig, bist aber angedockt an einen anderen Betrieb. Und da sind die Provisionshöhen natürlich nicht 100 Prozent, aber irgendwo zwischen 30 und 80 Prozent vielleicht, 70 Prozent, nagelt mich jetzt nicht fest auf eine exakte Summe, aber du kriegst halt eine Provision. Ja. Aber du bist eigentlich selbstständig, du musst für alles selber sorgen wieder, von A bis Z, du musst die Objekte selber akquirieren und so weiter und musst dafür auch noch Provision abgeben. Ja. Und da muss man jetzt auch eine Sache zu sagen, ist ganz wichtig, wenn man denkt, ja, dass nur weil man sich einem Franchise anschließt, dass der Name einem Geld bringt, der hat falsch gedacht. Absolut. Natürlich kann vielleicht mal sein, dass ein Auftrag, zwei Aufträge durch die Bekanntheit der Marke zustande kommen, aber im Gesamten, ja, wirst du, wirst du, also wirst du durch diesen Fehlglauben in eine Falle tappen, die schmerzhaft wird. Also das ist das, was ich immer wieder höre, ja, die kriegen nicht, was versprochen worden ist, sie haben sich viel, viel mehr erwartet von der Struktur, die einem angeblich geboten wird. Dementsprechend, dann kannst du es auch direkt komplett selber machen, unter eigener Flagge dir das aufbauen und hast dann 100 Prozent der Provision. Genau. Also hier ist ja das Argument wirklich, pass mal auf, du bist in einem Team, ja, du bist eingebettet, du hast Rückendeckung, du bekommst alles. Das Argument ist halt, du bekommst eine fertige Marke, die schon bekannt ist und das ist dein Business. Genau. Also ich will das gar nicht auch bewerten, abwerten, was auch immer. Der Punkt ist, das Grundbedürfnis desjenigen, der das macht, ist eigentlich nicht alleine zu sein. Ja, ja, so und da sage ich, ist der meiner Meinung nach smartere Move, geh erstmal lieber in eine Firma rein, lerne dort, wenn du komplett aus einem anderen Bereich kommst, ja, und lerne dort erstmal wirklich, was es bedeutet, einen Bereich in einem Maklerunternehmen zu übernehmen, wie zum Beispiel den Verkauf. Achte aber darauf, dass diese Firma wirklich auch gut strukturiert ist, gut ihre Prozesse im Griff hat und auch genug Objekte zur Vermarktung hat, weil sonst wirst du nämlich da auch kein Geld verdienen, selbst wenn du ein Festgehalt bekommst. Also das sind schon wichtige Grundlagen an der Stelle. Es ist nichts gegen Provision zu sagen, überhaupt gar kein Problem, ja, aber schau auf jeden Fall hin, also wenn du als Quereinsteiger entweder auf Provision oder auf Festgehalt arbeitest, schau genau hin, in welchem Laden du startest. Können die was? Ja, und für alle Leute, die komplett eigenständiger Makler werden wollen und voll durchstarten wollen, da können wir euch natürlich bei unterstützen und euch all das liefern, nicht nur was ihr braucht, sondern auch wie ihr es tun müsst, um wirklich erfolgreich in diesem Business zu sein. Natürlich können wir auch Menschen helfen, die in Franchise-Unternehmen angedockt sind, um da nochmal die Performance massiv zu steigern, um da einigen Stellschrauben einfach zu drehen und genau, ich würde sagen, das war doch eine gute Folge zum Thema, was kann ich wirklich verdienen als Makler. Der Punkt ist, es gibt ja auch unheimlich viele Show-Videos da draußen, wo es darum geht, eben Fettkohle als Makler und alles ganz toll und easy. Ja, du musst einfach wissen, was du wirklich willst und das ist die allerwichtigste Frage und das zeichnet den Weg letztendlich ab. Und bei uns bist du auf jeden Fall in jeglicher Richtung gut aufgehoben, weil du wirklich das Thema echt von der Pike auf lernst, wie es funktioniert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann Daumen hoch unter diese Folge, schreibt uns auch gerne einen Kommentar, eure Fragen hier rein und folgt vor allen Dingen unserem Kanal hier. Also abonniert diesen. Ansonsten in der Infobox einfach auf kostenfreies Erstgespräch klicken und wir sprechen mit euch, klären euch auf, wie das Ganze funktioniert. Und ansonsten folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Wir sind gerne für euch da und bis zum nächsten Mal.